Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. 2.57'ers Alpaka. Seit ihrem letzten Album und ihrem Mega-Hit Holz sind mittlerweile knapp drei Jahre vergangen. Nun kommen die 2.57'ers, die nach dem Abgang von Keule nur noch zu zweit unterwegs sind, mit ihrem Album Nummer 6. 3.57'ers Alpaka beinhaltet 13 Tracks, Features kommen von Captain Jack und Le Fly. Das Album erscheint über Selfmade Records und erscheint als CD und auch als Box. 3.57'ers Alpaka. Im Oktober 2018 veröffentlichte Eno sein Debütalbum Wellritzstraße. Ziemlich genau ein halbes Jahr später kommt der Wiesbadener mit Album Nummer 2. 4.57'ers Alpaka. Fuchs kommt mit 14 Tracks und beinhaltet Features von Mero, Jamule, Rizzi, Rata, Luciano und Noah. Das Release kommt über Alles oder Nix und erscheint als CD und auch als Box. 4.57'ers Alpaka. Fettes Brot. Love Story. Fettes Brot zählt zu den Urgesteinen im deutschen Rap. Seit dem ersten Album 1995 hat sich einiges getan. Nun ist es an der Zeit für ein neues Album der Brote. Love Story beinhaltet 11 Tracks und keinerlei Features. Das Album erscheint über Fettes Brot Schallplatten und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. 5.57'ers Alpaka. Samy Nafrika. Im Juni 2017 veröffentlichte Samy sein Debütalbum De La Rue. Nun legt der Seiten auf Null Künstler mit Soloalbum 2 nach. Nafrika kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Sadiq, Celo und Abdi und Lil Lano. Das Release kommt über Seiten auf Null und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.